Die Canon G1X Mark III kann man in der Jackentasche transportieren. Doch wohin damit, wenn man keine Jacke trägt? Die Range Pouch Tasche von Peak Design ist in Small, Medium und Large erhältlich. Ich empfehle Medium für die G1X Mark III oder ähnlich große Kameras. Die wetterfeste, sehr gut verarbeitete Tasche ist leicht und robust. Sie kann am Gürtel getragen oder mittels der bereits vorhandenen Ankerschlaufen mit einem Schultergurt verbunden werden. Alles an der Tasche ist gut vernäht. Peak Design gibt lebenslange Garantie bei der Registrierung. Die Gürtelschlaufe ist eine clevere Konstruktion und ermöglicht auch das Anlegen der Tasche ohne den Gürtel zu entfernen. Der Klettverschluss hält sicher. Er lässt sich auch leise öffnen. Im oberen Bereich wird elastisches Material verwendet. Dadurch lässt sich in Verbindung mit dem bis nach unten reichenden Klettverschluss die Größe der Tasche dem Inhalt anpassen. Die Tasche verjüngt sich nach unten etwas. Dadurch ist die Kamera sauber positioniert und gleichzeitig ist es nicht zu eng. Das Innenmaterial ist weich. Ein Einschub für flaches Zubehör wie SD-Karte oder Reinigungstuch ist vorhanden. Wenn die Tasche verschlossen ist, schützt das elastische Material an den Seiten vor dem Eindringen von Nässe und Schmutz. Mir sind bisher keine Kritikpunkte aufgefallen. Aus diesem Grund kann ich die Tasche empfehlen. Wer allerdings mehr als die Kamera in der Tasche transportieren möchte, sollte nach Alternativen suchen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017